Das Internet of Everything ist eine Weiterentwicklung vom Internet of Things. Hier kommunizieren übers Internet nicht nur einzelne Geräte untereinander. Im IOI werden sie zusätzlich mit Daten, logistischen Prozessen und Menschen verknüpft. So entstehen völlig neue Möglichkeiten für die Zukunft. In der Industrie sind so beispielsweise Fabrik-, Zulieferer- oder Transportunternehmen miteinander vernetzt und können Abläufe exakt koordinieren. Die Vorteile? Fabriken produzieren in Echtzeit, da Materialien immer genau dann da sind, wenn sie gebraucht werden. Alles ist im Fluss. LKW und Güterzüge verladen ihre Container präzise getaktet in Logistikzentren, sodass fertige Produkte ohne Verzögerung abgeholt und direkt zum Kunden gebracht werden können. Das Internet of Everything ermöglicht somit eine effektive Nutzung von Zeit und Ressourcen.